Diese Woche im Friero-Gottel. Die Teilnehmer haben Wer ist ne Dümmsi gespielt? Aber diesmal bekommt derjenige mit der falschen Antwort eine Strafe. Das Spiel ist simpel, einfach und brutal und jetzt wird einmal die Strafe präsentiert. Sollen wir das einmal demonstrieren? An Death? An Death? Ja, so wie das? Bereit? Ja, klar, immer. Ja, fucker! Ja, das haben wir getan! Ich will auch, ich will auch, ich will auch! Lass mal echt versuchen, nicht zu schummeln. Ich weiß, es ist schwer für uns. Keiner schummelt. Ich weiß, das Schock für mich nicht so einfach. Keiner schummelt. Die Ratten sind eine weltweit verbreitete Nagetier-Art. Mein Handy ist am Laden. Ich hab nicht mein Handy, nur. Was, du hast kein Handy? Aber du siehst doch von dir oben, was ich schreibe. Bruder, aber ich gucke nicht. Boah, Bruder Kai, ich kann dir nicht trauen. Er traut seinen eigenen Bruder nicht. Ey, warte mal. Bei YouTube sind wir Mitarbeiter. Ah. Nicht vergessen, Bruder. Wie viel Eier kriegt ein Huhn im Jahr? Hey! Ich glaub, der Jünger hat schon versucht abzukucken. Boah, das ist kompliziert, Alter. Der ist grad irgendwas am Rechten. Eins, zwei, drei. Also, ich hab 500 gewillt, weil, Bruder, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Huhn wirklich jeden Tag Eier macht. Aber ich glaube, ein Huhn macht hin und wieder, also alle zwei, drei Tage drei, vier Eier. Deswegen komm ich auf 500. Oh mein Gott. Was hast du geschrieben? Der ist dumm. 160. Du lachst. Du lachst. Du lachst. Ein Huhn gibt nicht jeden Tag ein Ei. Ja, deswegen. Und auch nicht drei Eier oder vier. Ja. Was hast du denn? Ich hab 200. Was ist für eine Mathematik? Ich kann das vorher nicht einschätzen. Ich denke mal, das wäre eine gesunde Einschätzung. Bruder, du musst das wissen. Du bist Veganer, Alter. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Eier ein Huhn wiegt. Der ist Veganer und darum isst er ja keine Eier. Ja, aber der müsste doch wissen, so, oh, dieses arme Huhn macht so und so viele Eier. Bassem, ich bin kein Veganer. Guck mal, wenn ich keine Eier esse, dann spar ich so viele Hühner in das Leben. Was hast du geschrieben? 200. Aber was soll dieses... Smiley drauf? Für alle Freros, dieser Smiley ist für euch. Was ist die Alten machen? 310, also ungefähr im Durchschnitt 301. Dann wäre ich am nächsten dran, Alter. Ich bin näher dran als du. Sicher? Ja. Ich muss näher dran. Ja. Ich bin erster, ich bin erster, Jungs. Holt den Stuhl. Holt den Stuhl rein. Das ist echt wuselig, Alter. Leute, wir machen das auch so, dass wir easy anfangen, Deb. Wir fangen easy an und gehen später höher, okay? Nein, warte, nein, ey. Wir fangen... Wir fangen ganz einfach an, Leute, ne? Mein Gott, übertreibt mich, Alter. Zieh das zurück bis zur Wand. Nein, ich mach ganz locker. Alles gut, mein Bro. Alles gut. Hat gut getan, oder? Oh, ist er rückgängig? Ey, Bro. Nein, da ist nix. Hast du gemacht wie ne Pussy. Ja, ehrlich, sorry. Nächstes Mal mach ich härter. Guck mal, ich sag euch schon mal vorab, ich werd bei euch richtig durchziehen, ne? Danke, dass du was gesagt hast. Darum zieht bei mir auch richtig durch. Und? Wer bei mir nicht voll durchzieht. In welchem Jahr wurde Paar von Picasso gewonnen? Boah, das ist ehrlich. Keine Ahnung. Zufällig weiß ich das genau aufs Jahr. Jetzt ehrlich? Ich weiß das sogar auf den Tag, Bruder. Ich weiß auch die Stunde. Sag jetzt Minute, ich sag Sekunde. Ich hab so ehrlich gar keine Ahnung. Ich bin fertig, ich mach die Sekunde vorbei. Warte, ich muss doch noch wie meine Leute hier meine Smileys da hinmalen. Eins, zwei, drei. Oh, ich hab gar keine Ahnung, ich musste vollkommen schätzen. Was sagst du? 1838. Boah, ich glaub das, ich weiß nicht. Machst du. 1920, Bruder, dann wär der noch am Leben, Alter. Der hat noch vor kurzem gelebt. Nein. Okay. Ja, hat er noch vor kurzem gelebt. Ehrlich? Marco und Picasso wurde 1881 geboren. 1881? Ich bin auf dem Fenster weg. Ich bin auf jeden Fall nicht so weit weg. Dev, du hast doch gerade gesagt, Hund, wenn ich durchziehe, ne? Und du weißt, ich bin kein Hund, Bruder. Mir tut das weh, wenn ich Dev leiden sehe. Ich kann das nicht haben, warum guck ich weg? Also, ich bin ehrlich mit euch. Ich weiß nicht, ob ich fest durchziehen soll oder mich, weil er mag das eigentlich. Und ich will ihm nichts Gutes tun, ne? Aber egal, ich ziehe fest durch. Ey, chill, mach schnell. Was? Bist du bereit? Yalla. Off! Nochmal, nochmal, setz dich. Wie fühlst du von mir? Ich hoffe, ich mach die nächsten auch falsch. Weltweit. Auch Tiger heil. Also ohne Soß und so, ne? Was? Also ohne Soß, keine Soß. Hast du Soß gesagt? Soß. Ketchup oder Mayo Soß? Soß. Zwei, drei, ich hoffe, ich bin in der Mitte von dem Mayo. Also ich hab 3.100 und ich hab diese Werbung gesehen. Panda gibt es anscheinend nur 3.000, ne? Also weil es um Pandas ging. Weil es um Pandas ging. Weil es um Pandas ging. Panda und Tiger, ne? Das ist ja ungefähr gleich. Aber die haben noch nichts miteinander zu tun. Ibu, sag mal was. Ja, sind beides. Pandas. Nein, ich bin in der Tiefe. Ey. Freilich mit dem Tiger. Ich glaub das waren 3.400 Schildschild. 3.400 Erwachsene. Und ich hab jetzt die Hälfte genommen von den kleinen Tigern. Das waren dann auch wieder um 4.000. Dann bin ich am nächsten Sand. 1.000. 1.000. Oh mein Gott. Übertreibt nicht. Ich mach ganz, ganz sanft. Ich mach mal die Scheiße hoch. Ibu, halt mal sein Ding bitte. Nein. Du machst da bei mir. Ich hab bei dir auch da gemacht. Ja Allah. Ist doch egal. Das muss ja ein bisschen verteilt sein. Ich mach leicht. Boah. Steh auf, das geht rein. Ey, ich glaub du hast schon gestickt. Boah, das ist ekelhaft. Schmerz, Alter. Ey, ihr macht mir damit richtig Angst, ne? Mein Gott, das war ekelhaft. Ich hab gar kein Bock mehr auf die Strafe. Ich hatte eigentlich voll Bock. Aber jetzt nicht mehr. Und Freunde, das heutige Like-Goal kommt von Elias. Also nächstes Video 1.500 Likes. Wir machen alle Werbung dafür. Ich freu euch. Bis weiter. Danke Elias, mein Guter. Danke Bro. Rerobruder. Äh, ich weiß schon, ja. Und die erste Räderuhr. Mit Batterie und so? Was gibt's denn sonst? So mit Batterie und so was? Es gibt auch Sonderuhr. Ja, okay. Also nicht Stock im Boden und mit Schatten gucken, wo die Uhr. Sowas nicht, ja okay. Was kennst du für Techniken? In der Wildnis muss man auch ohne Sachen klarkommen. Wie in der Wildnis? Lebst du draußen? Ich denk immer so an Hitler und dann überleg ich vor Hitler oder nach Hitler. Ja, dann zeig mal. Eins. Zwei. Drei. Drei. Ich hab fertig geschrieben. Ich muss noch ein bisschen auf Fisch warten. Okay. Ich hab 14 Uhr noch geschrieben, aber ich sag dir jetzt warum. Ich sag dir jetzt genau warum. Lach. Lach. Aber hör mir zu. Hör mir zu. Damals die Leute, ne? Bruder, die, die im Mittelalter gelebt haben, ne? Hatten die nicht alle so einen Monokel? Stimmt, ey. Ich hab doch immer diese Füße. Was für ein Monokel, Bruder? Hatten die nicht alle den Monokel? Hatten die nicht? Jeder von denen hatte einen Monokel. Das ist, nein. Bruder, voll viele damals. Da ist ein Kompass drin gewesen und keine Uhr. Nein, da war eine Uhr und ein Kompass drin, Bruder. Das war multidigital, Alter. Ich glaube nicht. Wo lebt ihr, Alter? Also guck mal, ich weiß schon mal. Ich kick die Straße auf jeden Fall nicht. Abdull kriegt auf jeden Fall. Abdull kriegt ja auf jeden Fall. Aber ich will der sein, der schlägt. Nein. Wir sagen also, im Verhältnis ist einer so ein Verhältnis. Das ist einer so ein Verhältnis. Ja, entweder ich oder der. Dann wird's Abi sein worden. Entweder ich oder der. Sag mal die Antwort, bitte. Sag mal die Antwort. 1.300. 1.300? 1.300? 1.300? Wie kann das sein, 1.300? Hast du ein Foto davon? Nein, Bruder, keine Foto. Hab ich ein Foto gesehen von 7000 Tigern? Da neue Rattenrassen oft nur schwer zu ratifizieren sind, müssen ratlose Experten oftmals Rattenrassen raten. Guck mal, guck mal, was der gemacht hat. Ivo kriegt die Strafe, oder nicht? Und du was? Ich krieg die, ne? Boah, F***! Aaaaah! Tsch! Reiz einfach dein Schnurzchen, genieß es, okay? Fust! Wenn du falsch angibst, wann die erste Uhr erfunden wurde, dein Problem. Ich war näher dran, Abi war am nächsten dran. Das war ein Pech. Guck mal, weil er sich die ganze Zeit witzig darüber gemacht hat. Das tut dir nicht weh. So, so. Aber ey! Mach dein T-Shirt hoch. Mach dein Pullover hoch. Genau so. Hör! 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 Guck mal, der rollt sich! Der rollt sich! Ey, nicht rollt! Davon geht das Schmerz wohl, wird nicht rollt. Nicht rollen! Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, Leute! Weiter geht's! Leute! Das wird alles von deinem Gehalt abgezogen, Bruder. Welcher Gehalt? Das wird alles von deinem Gehalt abgezogen? Welcher Gehalt? Seit wann kriege ich Gehalte für? Nächste Frage, Bruder. Seit wann gibt es Netflix? Was? Seit wann gibt es Netflix? Mein Opa hat damals schon Netflix gekauft. Boah, das ist schwer. Aber ich habe eine Lösung. Ja, das zeigen alle. Eins, zwei, drei. Sag mal. 2014. 2002. Was? 2013 habe ich. Ey, Leute, Leute. Leute, Leute. Ihr denkt, ich bin dumm. Aber eine Sache weiß ich. Oh mein Gott, weil es das schon länger in Amerika gibt. Nein, hör mal zu. Hör mal zu. Ich bin so ein Mensch, ne? Wenn ich auf Toilette bin, Bruder, dann lese ich immer Wikipedia-Artikel. Sehr, sehr viele Männer machen das. Wir gehen auf Toilette und lesen Wikipedia-Artikel. Einfach ein nach dem anderen. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass Netflix damals 2000 irgendwie um die Uhrzeit, dass sie Blockbuster gekauft haben und das gehört irgendwie dazu. Boah lacht gerade. Der lacht gerade. Ich bleibe bei 2002. Boah, gib mal bitte die Antwort. Netflix wurde 1997. Ich wollte sogar noch eher gehen. Ich wollte sogar noch eher gehen, Alter. Geil, Alter. Wer mal weiter. Wann hast du? Fick dich, Alter. Fick dich, Alter. Weißt du? Aus dem Grund, Leute lernt immer in der Schule. Oh, fuck. Lest Wikipedia-Artikel auf Toilette. Und Ebo, diesmal bitte ohne Rollen, weil davon geht ihr Schmerz weg. Ja, aber ich will doch, dass ihr Schmerz weggeht. Mach jetzt, Junge. Guck mal. Ich mach mal Glück, dass du mal so trägst. Das ist gut. Das ist gut. Die andere Seite auch. Das geht voll. Mach doch jetzt. Was ist das? Fuck! F***! F***! Ohne Rollen! Ohne Rollen! Ohne Rollen! Lass mich los! Halt den fest! 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 Oh, F***! Wer hier bleibt schön bei mir? Die nächste Frage wäre, wann schreibt das letzte Mammut? Boah! Das letzte Mammut. Warte mal kurz, schreiben wir jetzt... Ne, warte, ich glaube, das letzte Mammut gibt's noch. Schreiben wir jetzt das Jahr auf. Vor wie vielen Jahren? Vor wie vielen Jahren, okay. Aber warte mal. Ja, Janne, das ist so eine... Ein Jahr, Janne, mit... Vor Christus. Nein! Vor wie vielen Jahren? Eins, zwei, drei. Fünf tausend. Was hast du? Ey, guck mal! Und wieder ein Klech! Warte! Ey, Leute! Hört mal zu! Hört mal zu! Wir kommen wieder zurück zum Thema Wikipedia, hallo. Auf jeden Fall! Ich hab mal irgendwo gelesen, dass als die Pyramiden gebaut wurden, dass die Mammuts am Leben waren. Jetzt ehrlich? Ja. Hast du schon mal einen Miedenhuhn vor voll vielen Jahren gebaut? Vor drei... Vor 5.000 Jahren. Ja, aber das war doch Eiszeit und so wird. Ja, und gleichzeitig haben die gelebt. Das Mammut starb am Ende des Pleisto-Zannes vor etwa 11.500 Jahren in Europa, Nordamerika aus. Nur auf der kleinen Insel, Wangen im nördlichen Eismeer, konnte sich bis vor etwa 4.000 Jahren eine Population von 2.500 Jahren geben. Ja! Weil er mit deiner Fresse ist, es gibt nur die normalen, richtigen Mammuts. Nein! Alle Mammuts! Ja! Das ist wie mit Tiger, Baby-Tiger, Alter. Ey, Wala! Was für Zwergmammut! Ey, aber stopp! Du hier Bodyshaming wegen, weil es grenzt oder was? Ich Bodyshaming keine Mammuts! Respekt an die Mammuts! Du kriegst erst mal eine Strafe! Wegen Bodyshaming? Nein, weil du falsch bist! Hä? Du warst falsch! Ja, Eli! Ich schwöre, wir haben gesagt, Schummler kriegt Strafe! Jetzt kriegt der auch die Strafe! Der kriegt ja 2 Strafen! Doppelpeitsche! Ey, Freunde, ich glaub, das war Karma von vorhin, Alter! Guck mal! Was war Karma von vorhin? Auf jeden Fall damit zu! Schummeln? Come on! Aber dumm ist, wer sich dabei erwischen lässt! Du bist dumm! Eine kriegt nicht! Wir wurden in den Beide! Heute gehörn ich, Bruder! Ey! Ey, Dev! Du weißt, wie unsere Bindung ist! Ich schwöre, ich mag dich! Du bist mein Bruder! Ich muss dir wehtun, ha? Ja, fuck! Hiermit sind sie offiziell aus Firolkatellen ausgeschlossen! Nein, bitte! Sagen Sie Ihre letzten Worte! Sag deine letzten Worte! Ich hab mich alle in den Stich gelassen! Die Mammuts haben dich in den Stich gelassen! Die Mammuts haben mich in den Stich gelassen! Auf dieser Welt, ne? Haben wir keinen Platz für Schummler! So was kennt man von denen eigentlich gar nicht, dass er schummelt, ne? Ja! 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 Geil! 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 Geil ne Stunde! Geil ne Stunde! Er darf sich nicht rollen! Er darf sich nicht rollen! Er rollt sich! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör mal! Wie viele Haare hat ein Mensch auf dem Kopf im Durchschnitt? Erzähl mal! Wie viele sind das ungefähr? Warte, ey! Die Zeit tickt! Boah, warte mal! 1, 2, 3... Boah, das ist schwer! Ey, Alter, zeig! 3 Millionen! 2 Millionen! Wie sagst du? 120.000! Ich glaub, Ivo kriegt die Stich! Ey! Die lachen, ne? Die lachen, ne? Aber du hast mich, ne? Hast du mich? Du hast mich, ne? Ne, Alter, du weißt, was Sache ist, ne? Du weißt, was Sache ist, ha? Das ist ne absolute Schätzfrage! Das kann man nicht begründen! Also einer hat Glück, glaube ich, nochmal, Ivo. Ey, der hat's geschummelt! Laber doch keine Scheiße! 120.000! Ich schwöre auf meinen Lieb... Ich wollte zuerst 100.000! Ach, der war doch für ein Handy, Alter! Waller weiß nicht! Boah, dann hast du verloren, ne? Ey, du hast verloren! Ey, die käme es auch! Er hat verloren! Freunde, Abi sagt, ich hab verloren, der 300.000! Guck mal, man sieht noch, wie diese 0 versucht hat, wegzumachen. Seht ihr das hier? Sieht man das auf der Kamera? Ivo, du darfst zweimal richtig draufhauen. Das ist ein Schummelversuch gewesen. Das ist ein Schummelversuch gewesen. Krieg ich bitte einen von den Klatschern an, Abi? Weil ich dich richtig mag, von meinem Herzen. Schenk ich dir. Nach dieser Strafe wirst du deine 120.000 Haar-Kopf verlieren wirst. Soll ich hochhalten? Halt mal bitte hoch. Warte! Hey! Hey, 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 bleib ruhig! Hey, der rollt! Der rollt! Wisst ihr, an was mich das erinnert? Damals, als ich ein Kind... Das hat gut getan. Betreib nicht, weil Gott das war schlimm, Alter. Weil Gott das war schlimm, Alter. Ey, kannst du mal deine Jacke aussehen? Oma, ey! Ey, Waller, ey, Dev, komm her! Was ist das? Der hat da so Fischhaut bekommen. Oh, der kann Blut ergoß, Digga. Der hat irgendwie so eine Fischhaut bekommen. Hey! Und wehe, du rollst dich! Du rollest der Boden! Aber mach tief, Junge! Nicht immer hoch! Mach tief, Alter! Ja, mach es! Mach es! Ey, Ivo! Bam! Nein, Bam! Ooooh! Schau, schau! Ey, mach dich sowas! Ja, mach dir jetzt so! Hei, das ist ein Spalter! Dann, das ist Spalter! Ho, das ist... Hop! Ja! Ja! Das war der Hirteste Person, das war der Hirteste Person! Hey, bleib ruhig! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey! Halt die fest! Halt die fest! Halt die fest! Es muss wehtun, es muss wehtun! Es muss schmerzen, Bruder. Was ist die Masse der Sonne in Kilogramm? Wie in Kilogramm? Mach mal ne andere Frage, Alter! Hä, das weiß doch jeder! Hast du noch nie die Sonne getragen? In Kilo, ne? Eine Trillion Kilos. Was sind eine Trillionen? Kommt nach Billion, glaub ich. 4.000 Billionen! Ja Bruder, das sind ja 4.000 Billionen Kilogramm. Sag einfach mal die Anfrage, Bruder. Die Masse der Sonne ist auf jeden Fall 31, will ich? Ja! 1,9,8,0, 0,0,0,0,0,0. Ganz am Anfang ging das. Ganz am Anfang. Ich hatte den... Ey, ehrlich, das war grad nicht so gemeint. Ich darf's nicht vergessen, was er mit mir gemacht hat. Das war ich nicht. Ivo hat gesagt, mach eins von mir. Ich wollte das doch nicht. Ist schon alles gut. Ja, ehrlich. Mein Rücken wird heute so verschont. Ey, Ivo, halt das mal bitte so. I'm ready, Def? Hey! I'm ready. Jetzt folgt Schramm. Jetzt folgt Schramm, Alter. Chill, 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 chill. Schramm. Schema, was du noch reißt. Ah! Ey, 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 ey. Du darfst dich nicht rollen. Du darfst dich nicht rollen. Ich weiß nicht rollen. Ja! Nicht rollen, nicht rollen. Alles gut. Alles gut. Ich schwitze fast mehr. Ich schwitze fast mehr. Ohne Spaß. Ich schwitze, weil das so weh tut. Ne, Wallah? Ohne Spaß, Alter. Oh mein Gott, Alter, das ist schon nicht mehr wüsst, Alter. Ey, das ist... Guck mal hier hoch, Alter, Junge. Boah, Dicker. Danke für's Zuschauen. Leute, wir haben auch Instagram, Tereo Kartell. Link in der Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall ab. Discord auch. Discord auch. Checkt das auch auf jeden Fall ab. Da schreiben wir hin und wieder. Leute, wir schreiben immer privat zurück. Ich mach jetzt ein bisschen Schleifwerbung. Ich hab angefangen zu streamen. Ich bin der beste FIFA-Spieler der Welt. Guckt alle bei Ibo im Stream zu. Ich komm auch bald dazu. Wir sind alle da zu sehen. Let's go. Kommt da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.